Mit den Funktionen links und rechts kann ich Teile von Texten entnehmen. So ist hier in Spalte A eine Auftragsnummer aus Jahreszahl, vierstellig, und Auftragsnummer. Diese Informationen sind nun in einer Spalte und lassen sich über links aus einer Zelle nehmen und zwar lässt sich entnehmen eine gewisse Anzahl von Zeichen. Bei drei würde ich nur drei Jahreszahlen bekommen, bei vier würde ich das komplette Jahr aus dieser Zelle entnehmen. Ein Doppelklick auf die Formel, kurz wie Kontrolle mit STRG Pfeil nach unten, die Formel ist nach unten durchkopiert worden. Das gleiche gibt es mit der Funktion rechts. Auch hier kann eine gewisse festgelegte Anzahl von Zeichen aus einer Zelle von rechter Seite her entnommen werden. Auch hier ein Doppelklick auf die Formel und hier 17, 2010, 0, 17. Weitere Textfunktionen ermöglichen auch die Entnahme von Texten mitten aus einer Zelle. Ich sah's bastante gut für einen Bauch gestsighen aus einer Zelle. Die Kaffung mit 555ESP Pitché wo es associates einem sehen, die Information jetzt mit demicherungssprüfiger vorhanden würde ich leider Hillen. Vielen Dank.